Herzlich Willkommen zur Tübinger Telefonandacht am 25. September. Schön, dass Sie da sind. Im Jahr 1995 geriet ein Mann in Seenot. Er strandete auf einer kleinen griechischen Insel, auf der er einige Tage verbrachte, bis sich das Wetter wieder beruhigt hatte. Während diesen Tagen konnte er nicht viel tun, als die Zeit verstreichen zu lassen. So beobachtete er die Fischer, die beiläufig ihre Gebetsketten durch die Finger gleiten ließen. Der gestrandete Mann war der schwedische Bischof Martin Lönnebu, der damals frisch im Ruhestand war. Fasziniert von den Gebetsketten der griechischen Fischer überlegte er, wie würden solche Ketten wohl aussehen, wenn es sie in der evangelischen Kirche gäbe? Welche Bedeutung hätten die einzelnen Perlen? Welche Gebete würden wir dazu sprechen? Und er begann, solch eine evangelische Gebetskette zu entwickeln. Diese Kette hatte zum Schluss den Umfang eines Armbandes, 18 Perlen in unterschiedlichen Farben, Formen und Größen. Und zu fast jeder dieser Perlen gehört ein Gebet, das man wie eine Meditation beten kann. Martin Lönnebu nannte diese Perlen des Glaubens Frelzakranzen, auf Deutsch der Rettungsring. Ich werde Ihnen diese Woche sieben dieser Perlen vorstellen. Vielleicht sind die Perlen des Glaubens Ihnen schon einmal begegnet. Vielleicht auch nicht. Beides ist gut, weil ich manche Gebete aus dem schwedischen Buch übersetzt habe. Und natürlich werde ich die Perlen auch mit unseren Tageslosungen verbinden. Wenn Sie die Perlen des Glaubens also bereits kennen, können Sie sie vielleicht neu kennenlernen. Nähere Informationen zu diesen Perlen finden Sie im Internet oder in einer christlichen Buchhandlung. Wir beginnen mit der größten Perle am Armband. Sie ist rund und glänzt golden. Es ist die Gottesperle. Sie steht für Gott, der mit seiner Schöpferkraft die Welt durchzieht, der majestätisch ist, größer als all unsere Vorstellungen, voller Geheimnis und doch greifbar in Jesus Christus und durch sein wahrhaftiges Wort. Die Tageslosung für den heutigen Tag steht im 33. Psalm und bringt uns diesen letzten Aspekt Gottes nahe. Dort heißt es, das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und das Wort des Herrn besteht aus so viel mehr als nur einer Aneinanderreihung von Buchstaben. Dass es etwas wie das Wort des Herrn gibt, ist die Versicherung, dass Gott mit uns in Kontakt stehen möchte. Dass er uns etwas mitzuteilen hat, das verbindlich und verständlich ist. Dass es so etwas gibt, wie das Wort des Herrn macht uns Mut, dass unsere Suche nach Gottesspuren in dieser Welt nicht vergebens sein wird. In den nächsten Tagen werden die Tageslosungen uns auf noch mehr solcher Gottesspuren stoßen. Gottesspuren finden wir manchmal auf ganz überraschende Weise im Alltag, ganz bestimmt aber im Gebet. Zum Beispiel, wenn wir mit den Worten beten, die Martin Lernebu als Begleitung zur goldenen Gottesperle geschrieben hat. Du bist grenzlos, du bist nahe, du bist Licht und ich bin dein. Dass Sie heute Spuren des grenzlosen und doch nahen Gottes in Ihrem Leben aufleuchten sehen, wünscht Ihnen Pfarrerin Michaela Stock aus Neustädten.